Der Boss kommt her, der stellvertretend, der ist auf dem Weg. Die Glocken läutet so, wir welche haben unentwickelt. Der Kirchenfels auf Reisen, unser Herr hat sich erframmt. Welch ein Geschenk des Himmels der Paparadsänger kommt. Der Paparazzi, Ratzenthaler, Ratzenbergers Joe. Der Ratzenhuber, Ratzelspatzl, Ratzelissimo. Hacki Bene Bene Detto, Gottes erster Mann. Josefus, Josef, Josef, Sepp, the King of Vatikan. Der erweist uns Gnad und Ehre, sendet Segen und Moral. Er löst uns aus des Partylebens tristen Jammertal. Die Sünden, Babylon, wo stief und krumm der Segen hängt. Von Lutheranern, Sodomitern und Islam bedrängt. Hat Aussicht jetzt auf Rettung, Halleluja, Sakrament. Der Christenfischer in Berlin, der Bundestag empfängt. Ein Papamobil im Landwehrkanal. Wie kommt es dahin? Was tut es da? Vom Flughafen zum Stadion geht's durch die böse Stadt. Für solche Zwecke haben Päpste seit dem Abtentat. Auf Papst Johannes Paul, den zweiten Polenpont, die wechselt sein Papa-Auto in des Ratzelsfall von Mercedes. Am Anfang läuft es ganz nach Plan. Il Papa mobiliert. Die Landesgruppen CSU rennt mit und ministriert. Am Steuer sitzt der Völki, rote, robe, brauner Schal. Schwulenhasser unter sich, Papst und Kardinal. Die Papa-Boys, die singen voller Inbrunnsglöck, all klar. So hitzt den Papst zu Ehren, die gehen unter den Talar. Der Party-Mob ist aus dem Häuschen, feiert seinen Pope. Was sind das für Kostüme, sonst begeistert Wolfgang Job. Die Tunden kreischen auf vor Neid bei dieser Farbenpracht. Roman Catholic Fashion Week hier wird der Tritt gemacht. Ein Papamuck im Landwehrkanal. Wie kommt es dahin? Wie kam's zu dem Fall im Landwehrkanal? Ein Papamuck im Landwehrkanal. Das noch zu verhindern, ein schönes Ziel. Doch der Beelzebub, der schläft nicht und schlau gar nicht in Berlin. Hier hat das böse Konjunktur und auch der Muezin. All die Christen hacken sich ins Papanabi ein. Jetzt biegt der Papst nach Kreuzberg ab. Ja, darf denn sowas sein? Spinnt die Elektronik, Möki, wohin fährst du mich? Kopftuch, Mädchen, Panker und Graffiti widerlich. Dies Pflaster ist gefährlich, gerade für Päpste auch und so. Jetzt fährt das Papamobile mit Vollgas auf der Uhr. Ranienstraße, das heißt nur so weit wie's geht, denn am SO 36 steht der Rattenchor im Weg. Ratten vereinigt, wär niemals mehr gepeinigt. Ratten vereinigt, wär niemals mehr gepeinigt. Vom Rosen zum Rosettenklanz ist oft kein weiter Weg. So mancher hat ihn schon als Ministerin zurückgelegt. Die Jungs der Schweizer Garde sind im Roses abgetaucht. Die Papa-Boys, die halten Stand und Ständer aber auch. Der Pope ist lost in Kreuzberg. Das Papstgefolge schmilzt, weshalb der Wölki SOS an Opus Dei simzt. Und prompt erhält ein Hoffnungsschimmer den Heinrichplatz. Es prescht mit Karacho an, Turetten, Ratzelspatz, eine Kreuzwitter-Motorrad-Einheit. Angeführt von B. Matthias Matusek auf einer Harley-David-Zen. Bring uns raus aus Kreuzberg, Benedetto wankt und flieht. Das Ratzinger-Mobil im Rückwärtsgang, so schnell es geht. Jedoch am Kotti-Kreisel nimmt der brave Matus weg. Geblendet von des Papstes Siegen glatt den falschen Weg. Schon wieder falsch gefahren nach Neukölln, das ist der Tod. Doch der Rückzug ist verlegt von Faden, Schwarz und Rot. Und auf der Admiralsbrücke, Vorsicht, aufgepasst! Wird der Papstkonvoi von einer Lichtschranke erpasst. Dann hat ein Soundsystem der Bachstelz mit einem Sendemast. Den Papst mit 1000 Pipi-App in den Kanal gepasst. Ein Papst-Mobil im Landwehrkanal, weil Techno und Kirche, das beißt sich einmal. Im Landwehrkanal ein Papstamt-Mobil. Der Bastog von diesen Stelzen, der war einfach zu viel. Und die Christenheit, die flieht zur heiligen Amphibia. Und siehe da, der Papst taucht auf, ein Wunder. Der Papst ist wieder da. Doch nur den letzten Segensgruß, der schöne Welt. Dann ward der Papa samt sein Mobil sanft abgestellt. Und hörst du's nachts im Sommer leise schnorcheln, mal zu mal. Dies san die Reliquientaucher vom Landwehrkanal. Und in den Souvenir-Shops gibt's ein heiliges Knochen drum. Und ein kleines Papa-Mobile im Aquarium. Mit Originalwasser vom Landwehrkanal. Rein wirtschaftlich gesehen lief's für Berlin optimal. Denn an der Unglücksstelle, die Unterwasserkapelle. Zum heiligen Sepp, die Touristen wie Depp. A white daddy's car in the Country Resistance Channel. Who else wants to join our underwater panel? Ein Papamobil im Landwehrkanal. Die größte kirchenpolitische Katastrophe seit dem Sündenfall. Ein Papamobil im Landwehrkanal. Ein Papamobil im Landwehrkanal. Ein Papamobil im Landwehrkanal. Ein Papamobil im Landwehrkanal.